Musik Insgesamt vier Interpol-Beamte arbeiten hier. Oft aber ist Außendienst angesagt. Ebenso oft sind Einzelfälle im Büro zu klären. Dabei kommt es innerhalb von Sekunden zu enger Zusammenarbeit. Jede und jeder hat dafür den eigenen Rollcontainer, so wie Ute Walter. Alle Einzelplätze sind getrennt aufgebaut und bei Kooperation rasch zusammengeschoben. Die Sichtblende entfernen, das ist ein Handgriff. Der Ellipta-Monitor-Schwenkarm hat in sich. Mehr Platz gibt's und bessere Kommunikation. Auf Tastendruck erreichbar, der große Bildschirm. Auch das unterstützt die Spontanabsprachen im Team. Es ist einfach ein Muss. Schneller Zugriff auf Akten und noch mehr Platz für weitere Unterlagen. Auch die neuen Schwenktüren sind die Helfer dafür. Bei beiden Varianten macht das Freude. Bei der Zusammenarbeit im Team oder wenn man mal konzentriert allein bei der Sache ist. Das funktionell aufgebaute Teamwork-Büro. Es entspricht helfele Functionality. Auch hier denken wir weiter.